Es tut mir so leid, Mr. Cohn. Es kommt nie wieder vor. Ich schwöre bei Gott. Wenn du zu Gott sprichst, kannst du ebenso gut bei mir schwören. Die Stadt gehört Mickey Cohn. Und daran wirst du nicht das geringste Änderungsrat. Wir verlieren Los Angeles an einem Gangster von der Ostküste. Ich bin die Zukunft. Das ist keine Verbrechenswelle. Das ist eine feindliche Übersatzung. Ich will, dass sie in den Krieg ziehen. Gegen Mickey Cohn. Ich stelle ein Team zusammen. Ich höre? Ein kleines Team. Fünf, vielleicht sechs Leute. Gegen 40 Mann? An irgendwas muss man ja sterben. Und die lasst ihr zu Hause. Niemand wird je erfahren, was wir getan haben. Wir lösen hier keinen Fall. Wir ziehen in den Krieg. Womit verdienen Sie Ihr Geld, schöner Mann? Ich bin Bibelverkäufer. Wollen Sie mich hier rausbringen und eine ehrbare Frau aus mir machen? Nein, man. Ich wollte Sie eigentlich nur ins Bett bringen. Du kannst mich nicht erschießen. Du bist ein Kopf. Jetzt nicht mehr. Findet die Dreckswander. Kehrt Ihre Familie in Ihre Kinder. Ich muss das zu Ende bringen. Du bist ein Kopf? Ich pass auf dich auf. Ein Kopf, der nicht die Hand aufhält, ist wie ein tollwütiger Hund. Man muss ihn abknallen. Geh nicht. Halt mich auf. Los Angeles ist meine Bestimmung. Ach, was? Dann findet sie! John, pass auf! Du wirst um eine Kugel betteln, bevor das hier vorbei ist. Dann wird sie heißen. Du wirst ein chocolates auf mit ... Du wirst ein Reaktion, wirst die probiert. Untertitelung des ZDF, 2020